Desiree Nick ist, überrascht, vom positiven Playboy-Feedback. Desiree Nick, 66, kann ihr Glück gar nicht fassen. In den vergangenen Jahrzehnten hatte sich der Reality-Star mit seiner losen Zunge einen Namen in der deutschen TV-Welt gemacht. Nun möchte die ehemalige Promis-unter-Palmen-Teilnehmerin etwas Neues ausprobieren. Für den Playboy zieht sich Desiree aus. Und das begeistert ihre Fans. Mit so viel positivem Feedback hat Desiree allerdings nicht gerechnet. Das gibt die 66-Jährige jetzt in einem Interview mit Bild zu. So viel Zuspruch bin ich nicht gewohnt. Ich bin überrascht, dass Männer und Frauen mich gleichermaßen für meine Bild erstrecke und mein Posing feiern, offenbart Desiree. Sie habe sich auf Gegenwind eingestellt. Ich hatte Angst, dass ich Vorwürfe bekomme wegen meiner Brüste im Vergleich zu den heutigen Sehgewohnheiten. Es sind ja alle operiert, stichelt Desiree zudem. Umso stolzer ist die Unterhaltungskünstlerin jetzt auf ihr Nakedye-Shooting. Die Welt hat darauf gewartet. Und es ist mir eine Ehre, dass man mich überhaupt gefragt hat. Denn ich bin, im Gegensatz zu allen anderen Frauen vor mir, das älteste Covergirl des Playboys in Deutschland, freut sich Desiree gegenüber dem Blatt. Ich bin, im Gegensatz zu allen anderen Frauen, freut sich mit dem Blatt. Ich bin, im Gegensatz zu allen anderen Frauen, freut sich mit dem Blatt.